Ja, was willst du denn machen? Ja, ich bin schon nicht drauf eingegangen. Letztes Jahr schon nicht drauf eingegangen. Was zum Fick ist das? Weihnachtsmann? Sag mal, hab ich gesoffen? Was? Äh... Äh... Was? Was? Äh... Ich kauf doch... Weihnachtsmann, warte auf mich! Äh... Was? Was war in dem Champagner drinne? Holy shit, was passiert? Ich kauf doch...